moin leute und willkommen zurück in throne of liberty so wir haben das letzte mal die spinne besiegt in dem dungeon so ich reiß mal jetzt hier nebenbei parallel schon mal schnell weil da läuft jetzt gerade nämlich das eine event so werte obergrenzen ritual ich habe keine ahnung was soll man denn hier machen wenn nur noch zwei monument steine von ritual übrig sind gibt eine davon abzerstöre sternhaufen bei ritual dann nicht okay das heißt wir sollen hier wieder die jenzen bücher besiegt ich habe das jetzt los was wollen wir denn überhaupt machen Wir sollen die ja hier töten. Das ist wieder noch gar nicht in Gang, oder? Dürft das schon? Ah, beginnt in 40 Sekunden. Wer lesen kann und so, ne? Wer lesen kann und so. Und dann sollen wir die Teile wieder und vorab geben. Okay, okay. Zerstöre Sternenhaufen bei du alte Sternenlichtsteine. Sehen wir die hier unten? Nö. In 10 Sekunden. Nö. Nö. Danke, alle. May the starlight bless you. Nice. Kill Goblins and collect Stardust. See those big monument stones on the field? There's a big bonfire in front of them. Wollen sind hier so viele Leute? Offer Stardust there to be chosen by the monument stone. Of course the one who offers the most Stardust will be chosen. Okay. Was ist das da? Jetzt haben wir eins abgeschlossen. Okay. Wenn noch zwei Monument Steine von Ritual. Oh, wenn du morph into a Goblin, Da geht doch schon mal wieder runter. Okay. So, wir holten ja eigentlich mal die andere. Oh, majestic monument stone. So. Wie viele haben wir denn? 26. Guck mal kurz auf die Map. Aber du bist mein kleiner Bruder. Vier, fünf. Erster. Wer versucht mich auszuprobieren? Und dann, wenn nur noch zwei. Warum hast du mich? Hör mich nicht. Wir haben nicht nur noch mit uns zusammenatmen? Was im Höhe! Ahahahahahahaha. Lass uns die Stardust. Was bedeutet das, Herr? Die Goblins sind verbringend. Jetzt ist die Chance. Der attackt ja gar nicht. Und wie viel haben wir denn? 31. Ich glaube wir haben wieder keinen Mana. Wir sind wieder Out of Mana. Es ist nicht so gut, dass du zu viel Stardust hast. Wenn du die größte Stardust zu einer der Monumentstunden hast, dann wirst du von dieser Stunde gewählt werden. Nice, nice, nice. So, was? Ich drück mal die neuen. So. So. Die haben wir auch erledigt. Wenn nur noch zwei. Die Frage ist ja, wann die schließen. Der da ist schon Stufe 30 ja. Da gab es noch unfassbar. Ich weiß halt nur nicht wann. Das sind noch 16 Minuten. Okay. Die Frage. Wie viel haben wir denn? 1, 2, 3. 2, 3, 4, 5, 6. Also wenn die beiden nur noch da sind. Richtig? Wollte so sein. Wollte so sein, ne? Wurde allerdings ja fast kaputt gebracht. Wurde allerdings ja fast kaputt gebracht. Wurde allerdings nicht. Wurde allerdings nicht. Die sind ja fast kaputt. Wurde allerdings nicht. Wie viele sind die Stardusten, die sind auch die Stardusten. Ich dachte, es war nur eine Legende. Es sind wirklich starfragments aus den Himmeln. Ich kann nicht glauben, meine Augen. Es ist ein Miracle. Jeder, du bekommst tonnen Stardust, wenn du die starfragmenten Lumpf hast. Das muss ein Geschenk von dem Gott der Ostern, dann. Nice. Es scheint, es liegt mehr vor der Monumentstunde, die gewählt werden wird. Ah, ich glaube. So ist vorhin, ist er gar nicht. So, ich glaube, jetzt müsste der erste Stein weg sein. Verstehe ich nicht. So, was wir machen könnten, wäre hier das Futter mal wieder nutzen. Mal ein bisschen mehr Schaden, ne? Hochwertiges Poes Gold, ok. Aber die droppen hier dann doch schon mal auch ein bisschen Zeug her. Was ist das da? Achso. Da kriegen wir auch so ein Sternenstein-Dinger her. Nice, nice, nice. Da ist er kaputt. So, ach nee. Sechs und... Es gibt sieben. Die werden ja da angezeigt. So, wenn noch zwei über sind, sollen wir abgehen. Wir schaffen mal. Hoffentlich. Die Gäste werden mir sein. Oh, ich glaube, die Gäste sind beginnend zu bemerken. Lass uns schnell und spüren. Wir müssen die Gäste von der Monumentstunde nehmen. Okay. So, jetzt geht's die Gäste. So, wo du. So, jetzt geht's. So. so und wenn das hier regnet dann so zwei gibt es keine ahnung da können wir wieder das kleine ding und man kann ich kann nicht mehr ich kann nicht mehr das ist ein das ist ein das ist das ist Die Schlechter sind hier, die etwas schwer sind. Wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Schaden. Was sagt sie? Die Mut noch. Noice, 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 noice. Warum rennt er weg? Okay, jetzt ist nur noch einer. Äh, jetzt sind nur noch drei. Der drückt so schön viele da. Noice, noice. Geht das hier auch noch nach? Welchen wir dann kriegen sollten da? Oh, gut. Oh, gut. Jetzt kommen sie alle. So, pass. So, beim Kämpfen darf man mal nicht so vergessen. Wann, wenn es hier losgeht, ne? Wenn nur noch zwei da sind. Oh, gut. So. So. What? So. 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 zwei Minuten noch. So. suff sposób. So. So. Da könnte gleich noch einer verschwinden. Noch alles. So, dann gehen wir die jetzt nochmal ab und dann gucken wir mal, wie viel wir da... Welchen Platz und keine Ahnung. Ich brauche Sternenstaub, habe ich doch. Achso, wenn ich das jetzt abgegeben habe. So, eine Minute noch. Und dann sehen wir sogar, wo wir was... in der Bonfire, in front of the Monument Stone. Hurry up! Go, go! Wir haben hier noch einen. Weiß, wir haben noch mal 5. Guck mal genau auf 200. Schwupps. 200. 9 Sekunden. Wow, spannend. Was für einen Platz wäre gekommen. Sternenstaub. 376, der auf Platz 1. Das ist ja krank. Ja, dann lass uns. Habt's noch eine Belohnung? Ich hab eine Belohnung. Hier steht gar nicht welcher Platz, ne? Du hast eine Leistungsbelohnung für deine Mühen erhalten. Okay. War das platzmäßig nicht ganz so krass, wa? So, hier haben wir noch Nebenquest. Nebenquest. Sprich mit Gigi. Beim Mondsichel von Ustellerfelder. Da. Und wo hier? Hä? Das Buch hab ich schon, ne? Sicher ist denn hier Gigi. Sicher ist denn hier Gigi. Hä? Laslan? Elvio? Wachmann? Avalio? Wachmann? Hanson? Avalio? Wachmann? Anvi und es war eine inspirierende Geschichte. Ich muss zum Starlight Observatory gehen. Ich muss die Magik-Traps wiederholen, die von einem Goblin-Attack verwendet wurden. Du kannst uns helfen, oder? Dann reporten Sie an Anvi. Danke. Das war ein Mann, der gegen den Käpt'n Hansen war. Käpt'n Hansen war unglaublich in der Krieg, genau wie er zehn Jahre alt war. Wollt ihr wissen, zehn Jahre alt, wenn die Archeum uns bei Überraschung hat? Der Käpt'n hat ihre ganze Anstrengung mit nur ein paar Männern. Als es sah, dass sie sich verletzt werden, die Regierungen kommen, und dann können sie die Archeum wegnehmen. Ich würde gerne die Geschichte von Kapitän Henson hören, aber er würde nicht darüber sprechen. Ah, ich habe zu viel gesprochen. Also, kannst du uns die Trämpfe umsetzen? Danke. Mit deiner Hilfe sollten wir es schnell enden können. Alles klar, du führst die Trämpfe im Norden der Starlight Observatory. Wir werden die Trämpfe umsetzen. Ja, das heißt ja aber auch, dass der Popmann, der das Anband da nicht annehmen wollte, dass der eigentlich durch seine kluge Entscheidung, dass er eigentlich klug gehandelt hätte, durch die Verstärkung, weil sonst wäre das ja nichts sie wollen. So, wo soll man? Und wo hier? Das ist die Freestammer. Ist das hier unten? Er hat gerade Dienst. Ist das oben? Ich bin schon wieder verwirrt. So, der einäugige Falka. Ist das genau hier links oder ist das oben drauf? Okay. Das ist da oben drauf. Okay. Würde ich jetzt so einfach behaupten. Nice. Das ist nicht hier oben. Hä, warum ist denn jetzt die Quest wieder weg? Das verstehe ich nicht. So, was war Quest H? Da unten sollen wir erstmal hin. Kann das sein? Er ist hier. Hier war ja gerade eine Anzeige. Wie haben wir die reinbekommen? Ach, da oben sollen wir hin? Okay. Und das Ding wieder. Okay, okay. Du rieb dich nach Ruine. Das sind jetzt die unten, ne? Das sind nicht die unten. So. Das ist ja auch oben. Ist das irgendwo da hinten? Finde ich zu blöd zum gucken. Hier oben ist es nicht. Also er zeigt dir jetzt genau in der Mitte an. Hier so, ja. Und das. Was? Jetzt müssen wir gleich mitkämpfen, oder? Ach du Gott. Was? Stopped in. A meaningless bravado. Impossible! Oh. Wie lange kannst du dich halten? Ah. Du musst zweimal drücken. Jetzt wird langsam immer weniger. Wenn wir auch kein Lebensbalken. Das fightet sich aber richtig groß. Nice. Jetzt kommt noch der Boss. So, hier macht er jetzt Auto Attack. Was macht denn die hier? Oh. Oh oh. Jetzt kommen die Soldaten. Okay. Das heißt. Wir haben jetzt das einfach mal mitgekämpft. Okay. Okay. War aber ganz cool eigentlich. Wir porten jetzt nochmal zurück. Weil da hat er uns ja noch einen Nebenkasten gezeigt. Die jetzt hier irgendwie nicht mehr zu sehen ist. So. Ach. Okay. Porten mal wieder zurück. So. Suche die kraftlose kleine Puppe in der zerstörten Kutsche. Schoko. So. Da sind wir hier unten hin. Und da ist die kleine Puppe. Ist noch was zu lesen. Falls wir das noch nicht hatten. Ein niedliches Püppchen. Und vielleicht ist das ein Amitoi. Das seine Macht verloren hat. Bauche ihm neues Leben ein. Nichts passiert. Bring es jemanden der dir helfen kann. Sprich mit Aschinen bei den Ruinen. Die ist ja oben. Die ist ja oben. Die ist aber sowas oben oben. Das ist nämlich ja unsere Tantchen. Kennst du dich mit Amitoi aus? Amitoi? Hm. Ich denke, das ist ein Amitoi. Es gibt eine Art Monster-Kurse. Und das ist wahrscheinlich weshalb es nicht aufgewacht wird. Vielleicht wird die Kurse aufgerufen, wenn du ein bestimmtes Monster hattest. Oh. Warum versuchst du das Monster in meinem Schild? Ich werde mir das ansehen. Besiege die Monster in einer der Etagen zwischen 1 bis 10. Okay. Dann gehen wir einfach mal bei 1 rein. Und dann machen wir den jetzt hier nochmal kaputt. Machen wir den. Oh. Der Sack ist betäubt. Kann das sein, und das ist die sechste Fähigkeit. Und die da ist. Und die da ist. Ich kann mich ein bisschen botchen. Jetzt kann man vielleicht raus. So, jetzt kann man noch mal. Hat der jetzt mehr ab? Konntet der jetzt mehr ab? Wird das okay? Wir haben jetzt schon wieder eine Belohnung bekommen, ja? So, wir machen mal Klazen. So, jetzt soll man mit ihr noch mal quatschen. Der war auf jeden Fall härter. In dem Bild ich... Noch nicht. Wo finde ich sie? Ich werde mich mal beim Gasthof Kastleton umhören. Great idea. Das ist so eine great idea. Ja. Wow. So. Irgendwo. So. Hey, da. Da allein. Das sieht... Das sieht aus wie ein Gasthof, ne? Ja. Hehehe. Die... Das wird so... Ah, du bist es. Ich dachte, das ist nur unser Zimmer. Wir sollen die Scheiße haben. Aber... Weißt du etwas über den Amitoi-Schneider? 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 Wie kann ich dir helfen? Amitoi? Sure. Sure. They're my specialty. But... Why do you ask? Ich habe dieses verlorene Amitoi gefunden. Oh, schade Sache. Sie muss sich seinen Master verloren haben. Können Sie es mir zeigen? Ja. Oh nein! Was ist mit dir passiert? Was stimmt nicht mit ihm? Its Magik-Schema ist ververrückt. Es muss sich durch viele Probleme durchgegangen. Gib mir einen Moment. Na klar. Hm, wenn ich das mache, die Schema hier wieder... Da geht's. Jetzt, siehe etwas von deiner Magik. Kraftlose kleine Puppe. Klaus. Das ist Klaus. Wo sind sie hin? Sie haben versucht mich einzusperren. Hast du dich um sie gekümmert? Für einen Grün-Stabel bist du ziemlich gut. Wir könnten Partner werden. Ja, das ist Klaus. Nein, danke. Sie kann es küschen mir. Ja. Jetzt mal nicht so schüchtern, Grün-Schnabel. Von jetzt... Von jetzt ab wird Nick an deiner Seite sein. Hilf Nick schnell hoch. Du hast das richtige Ding. Wenn du eine andere Amitoi findest, bringst du es mir an. Ich nehme einen Blick. Okay, okay, okay. Das war's ja. So. Das heißt, ich kann wieder eine Belohnung abholen. So. Seitenausgang. Nice. Gut. Dann holen wir mal noch die Belohnung hier ab. Ich darf mal wieder wählen. Ich glaube, ich würde tatsächlich wieder auf Rüstung gehen. Wo wir wahrscheinlich Zubehör dann demnächst auch mal brauchen werden. Belohnung einfordern. Nice. So. Jetzt haben wir hier noch irgendwo Bücher. So. Gut. Okay. Dann, Würde ich sagen, machen wir an der Stelle aber wieder ein Päuschen. Also dann spitze. Bedanke mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüs. Bis zum nächsten Mal.